Willkommen bei den Finanznews, heute mit einem Beitrag vom US-amerikanischen Finanzexperten Peter Schiff. Er gibt Ratschläge, was man in Anbetracht der aktuellen Krisen tun kann, um sein Anlagevermögen zu schützen. Laut Schiff ist es momentan ganz wichtig, dass Privatanleger einen Teil ihrer Investments im Bereich der Sachwerte anlegen. Zu denen zählt er nicht nur Edelmetalle oder Kunst, sondern auch Immobilien. Wir zitieren Peter Schiff. Immobilien sind reales Eigentum. Sie werden immer einen Wert haben. Aber ja, ich weiß, Häuser sind momentan locker um 30 Prozent überteuert, aber das wird sich ändern. Mit den gestiegenen Zinssätzen ist nun ein großer Teil der Immobilienkäufer nicht mehr in der Lage, die monatlichen Raten abzustottern. Es stellt sich also nicht mehr die Frage, ob Ihr Lieblingsobjekt jemals billig genug wird, damit Sie es kaufen können. Die Frage ist nur noch, wann. Es kann natürlich sein, dass Wohngegenden in Ungnade fallen und nicht mehr so begehrt sind wie früher. Sowas passiert aber nicht über Nacht. Das braucht ein oder zwei Dekaden. Auf der anderen Seite wurden bestimmte Wohnviertel jetzt begehrenswerter, weil plötzlich viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Zwei globale Tendenzen zeichnen sich bei Immobilien klar ab. Es ist nicht mehr so erstrebenswert, direkt in der Stadt zu wohnen. Man wohnt heute lieber in einer Vorstadt. Auch legen die Leute im 21. Jahrhundert nicht mehr so viel Wert auf ein größeres Haus, nur weil sie jetzt ein Homeoffice brauchen. Ein größerer Garten steht da höher im Kurs als noch in den 80er und 90er Jahren. Covid, Lockdowns, Lieferkettenprobleme, Inflation, steigende Zinsen und aussteigende Boomer haben reichlich Bewegung in den Immobilienmarkt gebracht. Es lohnt sich für Investoren, dort am Ball zu bleiben. Immobilien sind und bleiben eine interessante Investmentoption. Lange Rede, kurzer Sinn, Immobilien sind ein gutes Vehikel beim Schutz von Vermögen. Sie gehen mit Immobilien dem Wertverfall der Fiat-Währungen aus dem Weg. Die Entwertung von Dollar, Euro und Pfund wird weitergehen. Immobilien erfahren schon allein deshalb einen nominalen Gewinn an Wert. Ich selbst besitze einige Immobilien, aber ich besitze auch bestimmte Aktien, die für mich einen symbolischen Besitz von Unternehmen und Geschäften darstellen. Man kann idealerweise sein eigenes Unternehmen besitzen, das ist eine weitere Absicherung, aber man kann auch kleine Teile von Unternehmen besitzen. Und das ist es, was man im Prinzip tut, wenn man Aktionär ist. Ich kaufe nicht nur Aktien, weil sie populär sind oder weil es da irgendein cooles Internet-Meme gibt oder weil eine Aktie gerade steigt. Ich schaue mir den Cashflow, die Dividendenrendite und die Bilanz des Unternehmens an. Dann versuche ich das Geschäftsmodell, die Produkte, den Marktanteil und solche Dinge zu verstehen. Ich frage mich, ob es ein Unternehmen mit Zukunft ist. Ein Unternehmen, das ich in Anteilen besitzen möchte. Wenn ich selber der 100%ige Besitzer des Unternehmens wäre, würde ich es besitzen wollen? Eine einzelne Aktie zu bewerten, ist wie ein ganzes Unternehmen einzuschätzen. Würden Sie dessen Anlagen und Ausrüstung selbst besitzen wollen? Möchten Sie das geistige Eigentum, den Firmenwert oder die Marke besitzen? Das alles kaufen Sie mit ein. Wir erleben momentan, mal wieder, eine massive Inflation. Unsere Fiat-Währungen werden zwar nicht ihre gesamte Kaufkraft verlieren, aber sie verlieren einen großen Teil davon. Eine Leitwährung wie der Dollar verliert ja im Prinzip jeden Tag an Wert. Aber momentan geht der Verfall der Kaufkraft dank 10% Inflation noch stärker voran. Der heutige Dollar ist nur noch einen Bruchteil dessen wert, was er vor 100 Jahren wert war. Wenn Sie Anfang des 19. Jahrhunderts durch New York City gelaufen wären, mit nur einem einzigen Dollar in Ihrer Hosentasche. Was hätten Sie damit in einem Laden kaufen können? Nicht viel, denken Sie vielleicht. Falsch! Ihr Dollar hätte damals ausgereicht, um damit 30 Tafeln hochwertige Schokolade zu erwerben. Heute kriegen Sie nicht einmal mehr eine einzige Tafel dafür. Heute können Sie sich glücklich schätzen, mit einem Dollar noch einen Becher künstlichen Kaffee bei McDonalds zu kriegen. Momentan wird die Zeitspanne, in der Dollar und Euro an Kaufkraft verlieren, dank Inflation noch einmal komprimiert. Und so erleben wir einen für alle sehr offensichtlichen Anstieg der Verbraucherpreise. Was wir jetzt sehen und was die Zentralbanken als vorübergehend abtun, ist nicht mehr die Spitze eines riesigen Eisbergs. Wir bekommen jetzt die komplette Wucht der steigenden Verbraucherpreise serviert. Sie sollten also Ihre Kaufkraft absichern und nicht in Fiat-Währungen stecken. Sie sollten aber keine Investments in Staatsanleihen in Betracht ziehen. Sie möchten schließlich nicht derjenige sein, der dem hochverschuldeten Staat noch Geld leiht, damit er seinen Kopf aus der Schlinge zieht und selbst in Rohstoffe oder Immobilien investiert. Sie sollten besser derjenige sein, der sich Geld leiht. Sie wollen nicht der Kreditgeber in einer inflationären Zeit sein. Die Kreditgeber verlieren, die Schuldner gewinnen, weil sie die Schulden mit billigerem Geld zurückzahlen. Ich empfehle als Vermögensschutz gern reale Dinge. Deshalb kaufe ich auch Gold und Silber. Sie bieten eine weit bessere Form der Werterhaltung als diese kriselnden Fiat-Währungen. Der Euro hat bereits vor Corona in den 20 Jahren seiner Existenz 33% seiner Kaufkraft verloren. Die türkische Lira verliert diesen Prozentsatz gerade in einem Jahr. Da müssten Sie raus. Ich besitze auch gern Anteile in Bergbauunternehmen, nicht nur, aber besonders solche, die noch eine Menge Gold, Silber, Zinn und Uran im Boden haben. Als Anteilseigner besitze ich dann quasi deren Reserven, die noch zu fördernden vorkommen. Deshalb sollten Sie diese Vermögenswerte noch heute kaufen, bevor der Markt diese Deals auf einem höheren Niveau ansiedelt. Ich kaufe, bevor die anderen verstehen, wie viel höher der Gold- und Silberpreis in Zukunft im Vergleich zu heute sein wird. Glauben Sie mir, mit dieser Strategie werden Sie bereits in zehn Jahren schuldenfrei glücklich sein. Aber lassen Sie mich noch ein paar Gedanken äußern zu denen, die uns eigentlich in diese Situation gebracht haben, dass wir uns so intensiv um das Sichern unseres Vermögens kümmern müssen. Große Regierungen und deren Zentralbanken sind die Ursache für den Wertverfall unseres Geldes. Der wirkliche Trend muss dahin gehen, diese Wasserköpfe abzubauen. Die sind zu weit von uns durchschnittlichen Menschen entfernt. Wir brauchen kleine, gute Regierungen statt große, schlechte. Jetzt reden Sie bereits vom Great Reset, weil Sie die Kontrolle über den Laden verloren haben. Sie wollen die Bude abfackeln und von Null anfangen. Dabei geht all unser Vermögen verloren. Deshalb brauchen wir dringend kleine, überschaubare, kontrollierbare Regierungen mit Nähe zum Volk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017